Guten Morgen, mein Katzelein! Bist du wach? Hä? Wo ist denn das Spielzeug, welches du heute Nacht gebracht hast? Weißt du gar nicht, ne? Kosmo, geh! Ich hab die Fenster aufgemacht. Komm! Komm schon! Ah, Pulli, ich hab euch doch Fenster aufgemacht. Warum kommst du jetzt raus? Hä? Wollt ihr nicht gucken gehen? Kosmo, geht's dir wirklich gut? Du benimmst dich wieder so komisch. Du bist nur müde, oder? Zeig mal deine Nase. Hm, Nase ist warm. Warum ist deine Nase wieder so warm? Ist dir so warm wegen dem Wetter? Ich hoffe es. Mach mir keinen Scheiß hier, müdes Kätzchen. Ja, du. Ich sollte ja jetzt also Fenster aufmachen, ja? Ich hab's gerade erst zugemacht. Keiner von euch beiden wollte gucken. Ja, jetzt... Ich weiß nicht, was ihr jetzt wollt. Ich hab's eben erst zugemacht. Und jetzt soll ich das wieder aufmachen? Hm? Kosmo? Ja, ist ja gut. Geh runter. Ich kann das so nicht aufmachen, wenn du hier rum chillst. Los, geh runter. Guck, geht nicht. Jetzt geht das wieder los. Kosmo, du fällst gleich hin, wenn ich das weiter aufmache. Du fällst gleich hin. Du fällst gleich hin. Junge. Dass der mir aber auch nicht glaubt. Mensch. Ja, und Apollo will jetzt auch. Eben wollte keiner von euch. Jetzt wollt ihr beide. Aber Apollo kommt nicht hoch, wenn Kosmo da sitzt. Ne? Kosmo, du hast deinen dicken Pöter genau auf die Stelle gesetzt, wo Apollo hochspringen wollte. Ich bin gespannt, wie der das jetzt löst. Mach. Spring hoch. Hm, schwierig, ne? Wenn da eine andere dicke Katze sitzt. Ja. Ist nicht so einfach. Aha, geschafft. So müde. Was machen wir denn? Suchen wir jetzt mir zusammen Klamotten aus mit dir? Hm? Ja? Was soll ich denn einziehen? Hm, Kosmo? Das hier, das ist aber nicht meins. Das ist nicht mein Schrank. Du musst hier aussuchen. In dem Schrank. Doch. Immer sagst du nein. Was ist dieses nein, nein? Ich dachte, du willst mir jetzt helfen. Vielleicht. Also hilfst du mir beim Aussuchen oder hilfst du mir nicht? Hm? Entscheide dich jetzt. Okay, du hilfst mir also nicht. Böses Kätzchen. Böse, böse. Erst machst du Versprechungen und dann hilfst du doch nicht. Puh, geht der einfach. Na, was hast du da gemacht? Am Teppich gekratzt? Machst du hier jetzt auch? Ja, ne? Ja, wir gehen gleich raus. Kein Problem. Ich muss aber erst euer Katzenklo sauber machen. Verstehst du doch, oder? Bestimmt. Ja. Kommst du mit oder muss ich das wieder alleine machen? Hm? Ihr faulen zwei Katzen. Muss ich wieder alles alleine machen, ja? Ja. Ja, was denn? Hm? Bauche krammeln hier. Lass uns mal gucken, wer da auf der Waschmaschine chillt. Ja. Schön warm, ne? Ist ja nicht so, als hätten wir nicht 30 Grad draußen. Ja, ist ja gut. Ich lass dich jetzt raus. So, und ihr wartet hier kurz. Plätzchen. Und tsch! Irgendwie sind wir... Ah, jetzt sind wir scharf. Eben waren wir voll verschwommen. Jetzt sind wir die schärfsten. Gerd, Cosmo. Du bist scharf. In der Kamera. Äh, ja. So, wie machen wir das jetzt? Jetzt ist er ruhig, ne? Eben hat er die ganze Zeit rumgeschrien. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Man kann sich nicht auf irgendwas konzentrieren, weil er ja nicht aufhört. Er schreit und schreit und schreit. Ich meine, ist ja auch süß und alles, ne? Aber wenn man dann irgendwie sich auf irgendwas konzentrieren muss, das geht dann nicht. Weil er die ganze Zeit rummiaut. Man kann... Okay. Er lässt uns tatsächlich nachts überausschlafen, aber Mittagsschlaf ist meistens echt nicht drin. Weil er die ganze Zeit miau, 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 miau. Und wenn er nicht irgendwas will, dann erzählt er einfach. Der erzählt einfach irgendwas. So, und der will dann nicht mal irgendwie, ne? Also raus oder sonst irgendwas. Er erzählt einfach gerne. Ne? Ein kleines Baby. Redest einfach gerne, ja. Na los. Ab. Sehr gut. Ich habe übrigens auch eine Frage an euch. Wie ist denn das? Ich suche eine Cloud. Von mir aus kann die auch ruhig was kosten, aber nicht so viel. Wo ich meine ganzen Videos unbegrenzt hochladen kann. Ich habe Amazon Fotos. Da kann ich auch ein paar Videos hochladen, aber da ist der Speicherplatz begrenzt. Und... Aber für Bilder nicht. Da kann ich meine ganzen Bilder hochladen, ohne dass sie verschwinden. So, aber... Für... Für Videos geht das nicht. Und ich habe mir gedacht, ich brauche eine Cloud, wo ich unbegrenzt meine ganzen Videos hochladen kann, weil ich die ständig löschen muss. Und das fühlt sich voll scheiße an, Videos zu löschen. Weil mir der Speicherplatz fehlt. Sonst kann ich keine neuen machen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf der Suche. Eventuell kaufe ich dann so eine... Wie heißt die denn? Diese Festplatten. Das ist aber auch doof, weil da ist der Speicherplatz auch begrenzt. Ich brauche irgendwas, wo ich unbegrenzt hochladen kann, wo es dann nicht verloren geht. Wisst ihr, was ich meine? Ach so, und am besten auch etwas, was von alleine hochlädt. Wie bei Amazon Fotos, weil der speichert die Videos von alleine auf Amazon Fotos. Ne, der speichert die Fotos von alleine, weil ich hätte jetzt keinen Bock, jedes einzelne Video irgendwie hochzuladen. Und das würde Tage dauern. Ich habe mich keine Lust zu, habe ich keine Zeit zu. Wenn ihr da was wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Dankeschön. So, Cosmo ist jetzt draußen. Cosmo, wie fühlen sie sich? Gut? Wo gehen wir hin? Ja, ist ja gut, ich lasse dich in Ruhe. Eben war Apollo noch hier. Ach, Gott sei Dank, da ist es der. Der ist ohne Leine rausgelaufen. Und der ist mir letztens schon abgehauen. Wirklich, ich habe nur eine Sekunde nicht hingeguckt, da war er weg. Und jetzt habe ich voll Angst, ihn wieder zu verlieren. Weil ich glaube nicht, dass die Älstern mir nochmal helfen. Ne, mein Gärtchen. Du haust nicht nochmal ab. Du haust nicht mehr.